Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 35 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 580 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Näher Untertitelung des ZDF für funk, 2017